Erstens bin ich sehr schade für die viele Spektatoren, die uns heute zu unterstützen. Ich denke, dass sie ein besseres Ergebnis haben. Ich denke, dass wir ein guter Spiel gemacht haben. Wie gesagt, wir haben die Chance gegründet. Das Problem ist, dass wir nicht gut genug sind vor dem Ziel. Das ist etwas schweres zu trainieren. Wir können nur versuchen. Ich denke, dass alle gesehen, dass wir von der ersten Minute waren. Wir wussten, dass wir gewinnen müssen. Normalerweise haben wir auch Libyen gewonnen. Ich habe nicht wirklich gesehen, dass sie versuchen. Wenn sie zurückkommen sind. Das war dann auch schwierig für uns. Wir warten dann für eine Counterattack. Das hat einmal passiert. Otherwise, ich denke, dass sie keine Chance hatten. Wir hatten die Chance. Wir haben die Chance. Wir sind nicht gut genug in front of die Zielgruppe. Wenn man nicht gewonnen hat und die andere Team gewonnen hat, dann verlierst du 1-0. Das ist ein Fakt. Wir müssen damit leben. Ich kann nicht wirklich auf die Team für andere Dinge. Es ist ein schlechtes Tag. Es gibt so viele Tage. Es gibt so viele Tage in der Fußball. Unfortunately, nicht immer die Team, die gewonnen hat, die 3 Punkte gewonnen hat. Aber ich denke, das habe ich mir gesagt. Ich bin sicher, dass sie jetzt in der Dressing Room sind sehr sad. Ich habe gesagt, dass ein guter Team auch die Situation zeigt, wie ein schlechtes Tag, wie heute. Wir müssen uns aufstehen. Und jetzt haben wir noch ein sehr schwieriges Match in front of uns. Wir haben sicher nicht gewonnen. Anyhow, zu der AFCON ist jetzt sehr schwierig, vielleicht unmöglich oder unmöglich. dann versuchen wir einfach ein guter Match gegen Nigeria wieder. Und dann müssen wir auf die Zukunft schauen, was passieren wird. Also müssen wir schauen, was passieren wird. So können Sie nicht die Qualität oder die Qualität haben? Okay. Es gibt unterschiedliche Fälle, wie Sie kommen zu der Ziel. Und und normalerweise, wenn die Teams sitzen und warten und warten, dann der beste Weg ist, zu gehen durch die Flanken. Und okay, jetzt das ist auch was wir in der Training machen. Wir können versuchen, zu crossen die Ball in der Box. Dann wir versuchen, auch die Spieler in der Box. weil wenn Sie nur einen Spieler in der Box haben, dann ist es schwierig. Also wir haben normalerweise drei Spieler in der Box, wenn der Crossball kommt. Also wir sind vorbereitet. Jetzt die Frage ist, die Schlussfolgerung. Wir machen auch Training für Situationen, in denen wir dribbeln in der Box. Und dann haben wir auch Pläne. Wir sprechen über Taktik. Wie der Spieler muss sich動. Wo man den Ball spielen. Aber im Endeffekt hatten wir auch die Chance, indem wir schießen. Im Endeffekt muss man den Ball in der Net. Und unsere Spieler schießen es nah an der Ziel, aber nicht in der Ziel. Und wie gesagt, wenn man den Ball nicht in der Net, dann ist es kein Ziel. Ich denke, wir versuchen in unterschiedliche Weise. Ich würde gerne, ich weiß, manchmal wir in der Training machen besonders und heute die Spieler, ich habe gesagt, der goalkeeper ist tall, aber er ist nicht von der goalline. der Ball zwischen Penalty und der 6-Jahr-Box. Okay, wir machen es im Training. Es funktioniert im Training, es funktioniert nicht. in der Spiel. Ich kann nicht bei mir bei mir und bei mir nicht bei mir zu Wir hatten die Chance, der goalkeeper war, kurz vor Ende, war ein sehr gut zu machen. die ball aus. Ich kann euch nicht sagen, jetzt besser machen. Manchmal diese ball gehen in. In dieser match hatten wir genug Situationen, wo wir konnten oder hatten wir nicht. Ich habe nicht zu gewinnen. Mein Konflikt ist Ende. Das ist eine normale Situation. Die Federation denkt über den Zukunft. Für mich der Zukunft ist ziemlich klar. Die Situation ist wie es ist. Es gibt noch Zeit. aber ein Result wie das ist das alle ist. Es ist auch mich und ich glaube, es ist nicht der richtige Moment zu denken, wenn ich stehe oder gehe. ein Ich denke, wir haben gesehen, ein Team ist verbessert und gut fútbol. das ist nicht gewinnen. Es ist nicht das gewinnen. zu gewinnen. Wir müssen gewinnen in Nigeria und das wir versuchen. Die Chance zu gewinnen in Nigeria ist nicht sehr hoch. aber es ist immer eine Chance. Das sage ich meinen Spielern. auch wenn die Ergebnisse sind, das nicht für nichts dann ist es ein großer Spiel gegen die besten in der Welt. Wenn ihr seid, ihr seid, wenn ihr gut ihr seid und ihr seid gut fútbol. Wir haben ein gut gegen sie ist immer die Frage ist oder nicht. Wir müssen warten. Aber wir nicht gehen dort wenn ihr nicht mehr qualifizieren. Wir versuchen gut fútbol. Es sind schlechte Tage wie heute. Vielleicht wir haben vier oder fünf Tage. 12 Monate sind hier. Es gab viele Probleme. Sie wissen es von Anfang bis nach letzten Tagen war immer einfach. Die Situation ist nicht einfacher. für mich wegen der Regeln der FEDERATION. Wenn ich nach dem stadion und die Spieler sehen, ich sie nicht sehen. weil sie sitzen auf der Beine haben. Es gibt viele Dinge die mich helfen. Ich denke , ich denke auf das was. Wenn ich nicht weiter soll, das ist eine Frage der FEDERATION. Dann ist meine Entscheidung. Aber ich denke, das Team hat verbessert. Und jeder Trainer nach mir wird ein Team mit kann den nächsten Schritt. Ich hoffe, dass du einen guten den anderen funktionieren. Das ist alles. Das ist nicht. Ich habe nicht. Ich habe gesagt, dass meine Bote sind fertig. Ich habe gesagt, dass meine Bote sind der né das Und das über die die wirklich genärend. Das bedeutet, dass Rwanda und Libyen sind fröhlich sind. Wir sind mehr als glücklich, dass wir hier in Rwanda bleiben können. Wir werden uns über die Rwanda beherren sehen. Wir wissen, dass es ein sehr schweres Gespräch ist. Wir wissen, dass es sehr gut ist, dass Rwanda und die Rwanda gewinnen. Ich habe gesagt, dass Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen. Wir sind sehr gut. Es ist sehr wichtig, dass Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen. Wir wissen, dass es sehr schwer ist. Es ist sehr schwer. Aber auch die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen. Wir wissen, dass Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen. Das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen. Wir haben die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen. Vielen Dank. Ich habe gesagt, dass die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen. Wir wissen, dass die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen. Wir haben auch die Rwanda gewinnen und die Rwanda gewinnen. Und wir verabschieden die Rückseite der Rückseite. Und wir verabschieden. Und dann wieder zurück zu den Blocken. Das war die Planung. Vielen Dank. Vielen Dank.